Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Fade Hunters. Ich habe es ja schon gesagt, wir wollen gerne noch eine zweite Runde machen. Wir werden wieder mit dem Inquisitor spielen. Wir haben hier auch die Möglichkeit später einen Hard Mode zu aktivieren, aber dafür müssen wir erstmal den Master besiegen. Soweit war ich noch nicht gut. Wir werden hier wieder starten, wir werden da nichts ändern, wir haben kein Geld. Hoffentlich werden wir diesmal ein bisschen besser spielen. Aber es geht jetzt hier auch ein bisschen schneller, weil ihr habt ja jetzt das Grundprinzip ja verstanden. Er macht drei Schaden, er macht zwei Schaden. Da machen wir erstmal den hier weg. Wir ziehen eine Karte, den guten Gürtel, nehmen dann diese Karte, ist ja egal. Machen Schaden, machen Schaden und machen Schaden. Und dann Zugbänden. Die anderen Karten brauchen wir nicht auszuspielen, weil sie nur TP heilen, obwohl wir noch keine verloren haben. Also wir können quasi nicht über unsere Maximalzahl von 12 TP gehen. Außer bei bestimmten Situationen, aber da kommen wir dann eher mal dazu, wenn wir soweit sind. So, kaputt gemacht. Fertig. Wir bekommen einen Dolch, den nehmen wir dankend an und gehen in den nächsten Raum. So, Zombie und Org. Ich finde auch, die Karten sind grafisch schön gemacht. Mir gefällt diese Art, Stil. Ja, gut, wir werden erstmal den Gürtel spielen, nehmen diese Karte. Es wäre gut, wenn wir zuerst den hier kaputt machen. Ha, da haben wir schon wieder nur zwei Schaden gemacht. Wir hätten da mehr machen können. Was nehmen wir? Das hier ist eine sehr, sehr starke Karte. Stellt zwei TP wieder her und in dieser Runde wird das letzte Wort immer aktiviert. Das heißt, manche haben ja hier das letzte Wort. Dann ist es ganz gut. Gut, hier in dem Fall wäre es jetzt nicht gut, aber ansonsten ist es eigentlich ganz in Ordnung. Das hier ist auch eine starke Karte. Füge einer Kreatur mit zwei oder weniger Angriff sechs Schaden zu. Das ist extrem stark. Weil dann können wir hier solche Karten mit einem Schlag weghauen. Wir werden unser Leben ein bisschen heilen. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber trotzdem verteilen wir den Schaden. Wir werden unseren Zug, weil die werden sich ja wieder aufheilen. Die machen ja glücklicherweise nur einen Schaden. Wieder nur zwei Schaden, aber dann haben wir wenigstens einen weg. Und wir aktivieren. Ne, wir behalten das. Wir wollen da das jetzt noch nicht verwenden. Den einen Schaden nehme ich gerne. Das ist in einer anderen Situation wesentlich besser. So, zack. Wir ziehen die Karte. Ist eigentlich egal, wie wir es machen. Zack, weg, weg. Oh, schon wieder die Schatzkiste. Ja, die nehmen wir wieder mit. So, was haben wir hier? Ja, das ist natürlich eine böse Kombination. Hier der gute Goblin-Schamane. Der hat Aura. Und das wird hier gar nicht erklärt. Ah, doch, das steht hier dabei. Okay, alle anderen Kreaturen erhalten plus einen Angriff. Das heißt, er hat normalerweise eins und gibt den anderen beiden eins. Das heißt, der hier hätte normalerweise zwei. Aber weil wir hier noch einen zweiten Schamanen haben, bekommt er halt eben plus zwei. Die anderen nur plus eins. Und der hat noch Regeneration. Boah. Das ist schon hart. Wir werden erstmal den Gürtel aktivieren. Nehmen mal den Heildrang. Werden uns direkt mal heilen, damit wir da voll sind. Ähm, wir könnten... Was macht jetzt eher mehr? Damit können wir den hier weghauen. Zack. Dann ist der schon mal schwächer. Ja, schade. Vier Schaden macht er so. Wenn wir das machen, dann würde er nur noch zwei Schaden. Dann machen wir das jetzt hier mal so. So, wir teilen uns erstmal. Machen bei ihm dann hoffentlich... Ja, wir machen wieder nur zwei Schaden. Ähm, na, der regeneriert sich ja. Das ist ja doof. Äh, muss man manchmal ein bisschen Glück haben. Oh, die Schatzkiste. Ah, ich gebe wieder Risiko. Ja, schon wieder der Imitator. Ob da immer der Imitator bekommt, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube nicht. Dann machen wir hier zwei Schaden. Ähm, dann können wir die Karte vernichten. Sehr schön. Ähm. Goldmünzen oder Diamant. Ich nehme diesmal tatsächlich die Wurf-Axt, weil letztes Mal war ja der Diamant quasi. Der hat uns tot gemacht. Wow. Maske des Spions. Einmal verwendbar. Suche eine nicht-heroische Fertigkeitskarte aus. Aber, nee. Wir nehmen tatsächlich zweimal die Wurf-Axt, damit wir, ähm, diese Karte immer auf der Hand haben. Ja, dann machen wir zack, 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 weg. Sehr schön. Ähm, nimm fünf Dolche auf die Hand. Einmal verwendbar. Wow, stark. Das nehmen wir auch mit Verwirrungstrang. Wähl eine Nicht-Boss-Kreatur und tausche ihren Angriff mit ihrem Leben, nehmen wir auch mit. Ähm, verbessern uns noch mal. Ähm, kettenreduziere den Angriff gegen eine Kreatur um zwei. Füge einer Kreatur zwei Schaden zu. Das letzte Wort, nimm alle Karten von deinem Ablagestapel auf deine Hand zurück. Wow, die ist stark. Die ist richtig stark. Na, wir nehmen die mittelstarken Kreaturen. Wenn wir Beute wollen, dann wollen wir richtig Beute. Okay, der hat ein Schild, das heißt, der erste Angriff macht keinen Schaden. Wir werden aber erstmal hier eine Karte ziehen. Zack, dann können wir das direkt so machen. Zack, ist der Schild weg. Dann machen wir das. Der ist down. Wir machen das. Dann ist der jetzt auch down. Und hier, vielleicht haben wir Glück und machen vier Schaden. Ja. Ein kritischer Treffer, sehr schön. Das war eine gute Runde. Ähm, einmal verwendbar. Erhalte fünf Erfahrungen. Jo. Ist ja an sich jetzt erstmal nicht verkehrt. Okay. Boah, der macht viel Schaden. Ähm. Aber den haben wir schon mal weg. Sehr schön. Äh, Trollknüppel. Ähm, äh, agieren können. Ähm, zack, Schaden weg ist er. Wir nehmen Gold mit. Man muss sich halt eben überlegen, ob man halt eben mit diesen Schatzkarten rumläuft, weil die haben ansonsten keine Fähigkeit. Ähm, das können wir mitnehmen. Und das können wir auch mitnehmen. Gehen in den nächsten Raum rein. Der sieht schon einfach aus. Man kann einen Torrahmen erkennen, ob das, äh, stärkere Dungeons sind oder nicht. Ähm, ja, dann hauen wir den mal schon mal weg. Ähm, und dann machen wir das und dann ist der auch weg. Okay. Der Bossraum erwartet uns. Ähm. Ja, wirf eine Karte ab. Wenn du eine Schatzkarte ablegst, erhältst du 5 TP. Wenn du eine Waffenkarte ablegst, füge allen Kreaturen 2 Schaden zu. Wenn du eine andere Karte ablegst, ziehe eine Karte. Die ist sehr, sehr gut. Boah, das ist jetzt aber auch sehr, sehr stark. Also macht Schaden halt eben. Füge einer Kreatur 6 Schaden, so als letztes Wort. Aber wir nehmen diese Karte hier, weil die könnte in bestimmten Situationen uns doch schon sehr helfen. Gerade mit den Schatzkarten. Wieder die steinerne Wache, aber diesmal sieht es ein bisschen besser aus. Ja, 5 Dolche nehmen wir auf jeden Fall in die Hand. Dann versuchen wir mal Schaden zu machen. Oh, das war doof. Wir hätten hier... Ja, okay. Ich habe einmal nicht nachgedacht. Ein Missplay, es tut mir leid. Ähm. Dann machen wir das so. Wieder 3 Schaden. Dann ist wieder Schild da. Dann machen wir das so. Zack. Zumindestens haben wir ordentlich Schaden ausgeteilt. Und wir sollten das normalerweise hinbekommen, weil wir hier die Wurfachs da auf jeden Fall haben. Nee, nee, nee. Die müssen wir gleich aktivieren. Wir machen erstmal das. Na, schade. Wäre schön gewesen, hätten wir 4 Schaden gemacht. Dann diese Karte. Dann machen wir das hier. Machen das. Ziehen 2. Nee, eine Karte, ja. Und dann zack, weg ist er. Okay, sehr schön. Ähm. Erhalte ein Schild. Das können wir nehmen. Einmal verwendbar. Verlasse am Anfang deines Zuges den Turm und behalte dein Gold. Kann nicht im Bossraum verwendet werden. Boah, das ist krass. Oh, altes Schwert und verfluchter Schild. Wenn du einen Fluch in deinem Deck hast, erhältst du ein Schild. Nee, die nehmen wir mal nicht mit. Okay. Wir gehen in den Raum rein. Ähm. Jetzt haben wir hier die Wahrsagerin, nicht Hellsierin. Ich habe Hellsierin gesagt. Wir haben sogenannte Schicksalspunkte. 5 Stück an der Zahl. Und da können wir jetzt hier verschiedene Sachen auswählen. Ähm. Gehen wir mal von links nach rechts. Das hier kostet 3 Schicksalspunkte. Dann kriegen wir eine Tarotkarte. Das ist eine passive Fähigkeit. Also passiv bedeutet die, äh, das ist keine Karte, die wir hier im Deck drin haben, sondern es ist eine Fähigkeit, die wir dann erhalten, die dann immer gilt. Für bestimmte Situationen, wenn irgendwas da ist oder sonst was. Ähm. Energie kostet 5, also alle. Suche eine heroische Fähigkeiten, äh, Karte aus. Heroisch, ähm. Ähm. Ja, das sind die seltensten Karten. Ähm. Gehe ich mal davon aus. Ähm. Drei Schicksalspunkte. Suche eine legendäre Gegenstandskarte aus. Ähm. Zwei Schicksalspunkte. Schicke eine Karte aus deinem Deck ins Exil. Da können wir halt eben so Flüche oder sonst was da wegmachen, wenn wir sie nicht brauchen. Ähm. Oder dein Leben wird vollständig wiederhergestellt. Mit einem Schicksalspunkt. Und vier erhöht deine maximale TP um 1. Ähm. Ich nehme gerne mal eine passive Fähigkeit. Da haben wir diese drei Karten zufällig zur Auswahl bekommen. Wir können das gerne nochmal neu würfeln. Ähm. Die Herrscherin, wenn du eine Schatzkarte von deiner Hand abwirfst, wird ein TP wiederhergestellt. Ja, gut. Ähm. Ähm. Der Nah. Wenn du diese Tarotkarte erhältst, wähle zwei andere Tarotkarten aus. Du kannst bis zum Ende des Spiels keine Tarotkarten mehr erhalten. Boah, ja. Äh. Wenn deine Karten zufällig Schaden zufügen, füge sie immer den maximalen Schaden hinzu. Äh. Die Chance auf kritische Treffer und bis zu 50%. Oh, 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 oh. Das ist halt eben echt. Wir nehmen das hier und dann nehmen wir zwei weitere. Ach, wir dürfen jetzt hier frei auswählen, oder wie? Boah, das ist krass. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Die Sonne, nachdem eine Kreatur angegriffen hat und einen hellen Schaden zufügt, äh, füge dieser Kreatur einen Schadenspunkt zu. Wähle, äh, wenn deine Karten zufällig Schaden zufügen, ja, kennen wir ja. Ähm. Beim Auswählen von Fähigkeiten und beim Aussuchen von Karten hast du die Wahl zwischen fünf Karten statt drei Karten. Boah, das ist auch stark. Der Turm stellt seine Trefferpunkte vollständig wieder her. Deine maximalen TP doppelt so hoch. Ähm. Die Heileffekte von allen Karten und passiven Fähigkeiten werden auf eins reduziert. Das hier ist extrem stark. Das nehmen wir. Ähm. Ach so, das sind trotzdem immer wieder andere Karten, wenn ich das jetzt sehe. Okay. Erhöhe deine maximale TP um sechs. Du kannst nicht mehr als fünf Karten pro Zug spielen. Ne, ziehe zwei Karten. Wenn du eine Flugkarte spielst, füge deinem Deck sechs Flugkarten zu. Naja. Äh. Wenn deine Decke insgesamt mehr als 25 Karten erhält, betäubst du jede Runde eine zufällige Nicht-Boss-Kreatur. Das könnte stark sein, weil wir mehr als 25 haben. Der Tod. Jedes Mal, wenn deine Waffenkarte Schaden verursacht, erhältst du eine Spielmarke. Wenn du zehn Spielmarken hast, werden sie entfernt und du fügst allen Kreaturen zwei Schaden. Ich versuche mal ein bisschen schneller durch da zu gehen. Ähm. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Karten ja auch noch nicht. Ähm. Von daher. Am Ende deines Zuges bekommst du einen Schild. Ziehe zu Beginn jeder Karte. Eine Karte weniger. Ne. Ähm. Wenn du die Deutschkarte spielst, hier eine Karte, das nehmen wir, der Stern. Das hört sich ganz gut an. Ähm. Jetzt haben wir noch zwei Punkte. Unser Leben ist schon geheilt. Und deswegen werden wir noch eine Karte aus unserem Deck entfernen. Ist nur die Frage, was wir da nehmen am besten. Ich denke, wir nehmen so eine normale Fertigkeitskarte. Das ist ganz gut. Okay. Und wir haben jetzt die Möglichkeit. Also wir haben 15 Gold. Und wir haben den Modifikator mal eins. Wir können jetzt entweder die Flucht ergreifen. Und dann gehen wir mit dem ganzen Gold wieder raus. Und müssen halt eben von vorne wieder anfangen, wenn wir wollen. Aber wir haben dann hier unten 15 Gold. Oder wir machen weiter und der Gold-Multiplikator steigt. Wir werden natürlich weitermachen. Das wollte ich ja zeigen. Level 2. Und das fängt schon mal gut an. Okay. Äh. Wir haben aber diesmal wesentlich mehr Leben. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Wir werden erstmal den Gürtel aktivieren. Nehmen die Wurf-Axt mit. Ähm. Aktivieren die Wurf-Axt. Haben den zwei Schaden gemacht. Machen das so. Dann ist der weg. Und hoffen, dass wir hier vier Schaden machen. Haben wir nicht. Wir haben aber noch das. Und besiegt. Füge einer Kreatur einen Schaden zu. Ziehe eine Karte und wirft dann eine Karte ab. Ne. Die überspringen wir mal. Äh. So. Finsterer Ritter. Zwei Hunde. Die machen dann natürlich direkt Schaden. Hören wir das erstmal so. Das war eigentlich doof gewesen. Weil der hat ja hier ein Schild. So. Gucken wir erstmal, was wir hier kriegen. Ähm. Nimmt zwei Beutesäcke auf die Hand. Oh. Eine heroische Karte. Ich glaube, das sind die seltensten. Ja. Wir nehmen das hier. Wenn wir schon so eine seltene Karte bekommen, dann sollten wir sie auch verwenden. Dann machen wir das hier so. Und dann machen wir hier drei Schaden. Dann ist die Karte weg. Ja. Die können wir mitnehmen. Das ist in Ordnung. Wir gehen in den nächsten Raum rein. Ja. Hier ist schon wieder dieser Troll. Oh. Welche Karte werfen wir ab? Dann werfen wir diese ab. Äh. Das ist schon weniger gut, dass die da so schnell agieren. Ähm. Damit können wir eine Kreatur mit zwei oder weniger Angriff kaputt machen. Also diese, diese oder diese. Das werde hier am meisten Sinn machen. Ja. Dann ist die schon mal weg. Dann machen wir das hier. Dann machen wir das. Dann sind die beiden weg. Dann machen wir das so sehr schön. Wunderbar. Alles gar kein Problem. Ohne Schatzkiste. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Okay. Das weiß ich noch. Raum der Geheimnisse. Etwas sehr geheimnisvolles und gefährliches. Dann gehen wir mal da rein. Gucken wir uns das direkt mal an. Ein Schmied. Verbessere deine nicht legendäre Waffe. Hallo. Wenn du Gold hast, kann ich die Waffen verbissen. Ah, okay. Ah, ich glaube, wir müssen ihn besiegen. Oder? Nee, ich weiß nicht. Müssen wir Gold abgeben? Ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktioniert. Ähm. Dann geben wir ihm mal den Schatz. Ah, okay. Weil, das könnte ja das komische Viech da wieder werden. Ähm. Wir könnten also eine Karte verbessern, die nicht legit. Dann werden wir aber hier so eine Wurf-Axt verbessern. Plus 1. Okay, das macht jetzt 4 Schaden. Wir könnten wieder was bezahlen. Ah, das ist halt eben die Sache. Ja, doch. Wir bezahlen nochmal hier. Und werden noch die... Wir könnten das wieder verbessern. Macht das 5 Schaden? Nee, dann machen wir lieber hier nochmal. Zack. 4. Okay, aber das reicht dann. Oh, gut. Danke. Oh. Ähm. Das sieht nicht gut aus. Ein Kerkern, füge deinem Zielstapel eine Flugkarte hinzu. Und wenn sie... Nee, ja, ja, doch. Okay. Ja, eine Flugkarte ist nicht so schön. Ähm. Wir nehmen erstmal zwei Beutesäcke. Nimm zwei zufällige Gegenstandskarten. Und die Beutesäcke sind gar nicht mal so schlecht. Oh, was ist das denn? Stelle 10 TP wieder her. Füge zwei Flugkarte. Ah, ja. Wir haben einen Diamanten bekommen. Die werden erst... Nee, das ist eigentlich... Ah, holen wir mal den Gürtel. Ja, gut, doch. Dann holen wir die Wurfaxer. Machen wir erstmal hier. Zack. Dem haben wir Schaden gemacht. Das war klar, dass die natürlich getroffen werden. Hätte man besser lösen können. Na, wir ziehen mal drei Karten. So, der ist weg. Ist weg. Kritische Schaden, sehr schön. Okay. Verfluchter Schild lassen wir mal weg. Aber das hier nehmen wir mit. Überspringen ansonsten alles und gehen dann weiter. Okay. Ein Teleportschrift holen. Ah, da können wir den Turm... Ah, nee. Wir wollen den aber jetzt nicht verlassen. Wir haben da jetzt momentan nicht wirklich viel. Boah, vier Schaden gemacht. Sehr schön. Einmal verwendbar. Du verlierst ein TP. Ja, ich denke mal, wir werden diese Karte nicht aktivieren. Wir können das hier machen. Dann sind wir hier... Uh. Okay. Die Tränke machen jetzt nur noch eins dazu. Ich dachte um eins verringert. Okay. Das ist ein Problem. Ja, der macht mir Schaden. Ähm. Zack. Ja, können wir mitnehmen. Ähm. Ich nehme wahrscheinlich viel zu viel mit. Dann nehmen wir noch die göttliche Faust. Die ist ganz gut. Oh mein Gott. Ähm. Schattendieb, was machen die denn? Immer wenn diese Kreatur angreifst, schicke eine zufällige Karte aus deinem Ziehstapel ins Exil. Oh. Boah, das ist mies. Ähm. Okay, die müssen wir als letztes spielen. Wir holen erstmal fünf Erfahrungen. Das ist, denke ich, in Ordnung. Dann verteilen wir mal hier auf die beiden Schaden. Weil die machen kritischen Schaden. Erstmal auf eins reduzieren. Ach, wir müssen das hier an. Ja, dann wenden wir das an. Zack. Damit wir das hier machen können. So, da ist der weg. Und wir ziehen jetzt normalerweise... Warum ziehen wir nicht wieder die Karten? Nimm alle Karten von deinem Ablagestapel auf deine Hand zurück, welche diese Runde abgeworfen wurden. Okay. Also nicht die Karten, die wir so abgeworfen haben, sondern durch irgendeinen Effekt. Nein, die haben unsere Wurfachs kaputt gemacht. Boah, das ist schon mies, wenn die die Karten einfach da weghauen. So, der ist weg. Machen wir einen Schaden. Ähm... So. Was? Habe ich da jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Ähm... Okay, die Karte können wir eh nicht ausspielen. Ich habe jetzt da gerade irgendwie... Keine Ahnung. Ich war da jetzt gerade... Brain, AFK. Oh, der Trollknüppel. 12 Jahre brauchen wir das jetzt unbedingt. Wenn wir eine Waffenkarte ablegen... Ja, dann machen wir das hier. Und dann werfen wir den Trollknüppel ab. Weil den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann sind die alle weg. Also zumindest jetzt sind sie alle weg. Somit haben wir allen... Oh, schwerer Axt. Füge an den Kreatur zwei Schaden zu. Wenn dein Deck 25 oder mehr Karten erhält, füge fünf Schaden. Und so, ja, die beiden nehmen wir mit. Das hier aber... Nicht. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Geheimnisvoller Raum ist da immer. Oh, das ist ein Söldner. Immer wenn diese Kreatur Schaden nimmt, wirf eine Karte aus seiner Hand ab. Okay, das heißt, wir müssen hier auch wieder ein bisschen klug vorangehen. Dann machen wir erstmal vier Schaden. Eine Karte wird abgeworfen. Dann werfen wir den Diamanten ab. Dann machen wir nochmal zwei Schaden. Dann werfen wir das ab. Und dann können wir mit dem... Ach, ja gut, ist egal. Hauptsache besiegt. Ja. Schädelbrecher, legendäre Waffe, kritischer Treffer. Fügt einer Kreatur sechs Schaden deinem Helden zwei Schaden zu. Ah, gut. Ja, unsere Decke ist immer ein bisschen voller. Ist aber in Ordnung. So, wir werden erstmal hier Schaden machen, damit das weg ist. Dann machen wir das hier erst weg. Machen... Wir machen das. Okay, das funktioniert schon mal ein bisschen besser. Das überspringen wir. Wir gehen in den nächsten Raum. So, und da hinten dran ist schon der Endgegner, also der Bossgegner. Wir werfen das hier weg. Das brauchen wir eh nicht. Wir werden auf jeden Fall erstmal ziehen. Dann nehmen wir das hier. Das heißt, der hier ist auf jeden Fall schon mal weg. Dann nehmen wir das hier. Wir machen vier Schaden kaputt. Helle Badefüge, das nehmen wir mit. Okay, nee, die nehmen wir nicht mit. Weil sonst können wir ja diese wieder nicht spielen und dann erziehen wir uns da tot. Boah, ein Drache. Boah, 32 Leben ist schon hart. Macht vier Schaden. Ja, das ist erstmal egal, wie wir das machen hier. Erstmal versuchen Schaden auszuteilen. Okay. So, jetzt müssen wir entweder Leben herbekommen oder... Okay, wir kriegen auf jeden Fall ein Schild. Das heißt, wir sind da auf jeden Fall geblockt. Das heißt, wir kriegen diese Runde keinen Schaden. Boah, damit machen wir aber erstmal Schaden. Zwei Beute. Ach, die aktivieren wir immer und immer wieder. Boah, das ist ja richtig stark. Zwei Karten ziehen oder nee? Na gut, die können wir nicht aktivieren. Damit kriegen wir zwei Schaden. Nee, das werden wir nicht machen. Dann ziehen wir lieber zwei Karten, dann ist die Karte weg. Ist egal. Ob wir kriegen da irgendwie Schaden. Damit machen wir sie kaputt. Dann machen wir das hier so. Zack. Okay. Uh, erstmal schön Schätze. Bezauber, wenn du diesen... Schwert der Helden. Füge einer Kreatur x Schaden zu x ist die dabei. Die Anzahl an heroischen Fertigkeitenkarten in deinem Deck. Das nehmen wir mit. Schwert der Flüche. Füge einer Kreatur 6 Schaden zu und lege eine Flugkarte auf deinen Ablagestapel. Ja, das können wir auch mitnehmen. Also sollte normalerweise ja kein Problem sein. Dürfte uns nicht wehtun. Okay, die Wahrsagerin ist wieder da. Wir werden mal hier diese fünf Punkte aus... Ach nee, wobei, wir werden uns erstmal vollständig heilen. Oh mein Gott. Das heißt also, das eine bedeutet tatsächlich, dass alles da nur noch eins bedeutet. Boah, ist das hart. Ich hätte mich lieber jetzt gerne anders entschieden. Ja, super, da haben wir die... Oh Mann. Ja, dann nehmen wir mal einen legendären Gegenstand. Ähm, bezaubert ist doof. Dann nehmen wir nochmal das hier. Ah gut, das ist halt die Frage, wie viele heroische Heldenkarten haben wir. Könnten wir natürlich nachschauen, aber dann nehmen wir das hier. Das ist schon mies. Wir würden jetzt 90 Gold bekommen. Ähm, gut. Wir werden mal schauen, wie wir das machen. Ähm, wir können jederzeit hier einfach, ähm, das Spiel speichern und beenden. Das werden wir auch. Wir werden mal schauen, wie wir das machen. Wir werden mal schauen, dass wir alles sind. Ähm, wir können jedenfalls